Sollte sie aussprechen, dass viele Menschen durch ihren Irrglauben in ihrer selbst gebastelten Hölle auf das jüngste Gericht warten? Es geschieht dir nach deinem Glauben, so heißt es. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Glaubenssätze einer strengen Prüfung unterziehen, bevor wir die Erde verlassen. Eine Weile noch grübelte sie über ihre Rede. Dann schlief sie darüber ein und ihr Kopf fiel mit der Zeit auf die Schulter von Reto, der das im Halbschlaf geschehen ließ. Katharina betrachtete die beiden im Rückspiegel. Sie dachte, eigentlich sieht man keinen Altersunterschied. Vielleicht könnte aus den beiden noch etwas werden. Aber die Barbe Agnes sieht ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Völlig eins mit ihrem Luxusschlitten fuhr Katharina die schlafenden Genn München. Der Preis In der Lobby des Bayerischen Hofs herrschte bereits reges Treiben, denn hier sollte am Abend der Literaturpreis verliehen werden. Sie checkten ein. Für Katharina und Agnes war ein Doppelzimmer reserviert und ein Einzelzimmer für den Chauffeur. Nein, nein, ich bin der Chauffeur, widersprach Katharina stolz. Der Herr ist unser Anwalt. Reto schaute etwas verlegen und Katharina fuhr fort. Die Gneefrau geht zum Friseur und wir müssen uns beeilen, Reto, dass wir die Weißwurst noch vor dem Zwölf-Uhr-Leuten erwischen. Wie du befiesst, Katharina, entgegnete Reto mit einem charmanten Lächeln. Sie gingen auf ihr Zimmer. In Windeseile, trotzdem ordentlich, legte Katharina die wenigen Sachen, die sie mitgebracht hatten, in den Schrank und ins Bad. So, Agnes, lass dich so schön wie möglich machen, dass mir keine Klagen kommen. Ich gehe jetzt die Großstadt genießen. Agnes setzte sich aufs Bett. Ich weiß nicht, warum. Mir ist auf einmal so kalt. Ich kenne das gar nicht. Ich gehe dann nachher... Untertitelung des ZDF, 2020